Hitradio FFH. Anke ist tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne? Hast du einen toten Clown gefrühstückt? Bist du nicht depri und kraftlos? Morgens dunkel, abends dunkel. Der November hat für mich 30 Montage. Regen wäre für so eine Stimmung aber ein absolutes Muss. Sozusagen ein Pessimismus. Der Pessimist sagt, schlimmer geht's nicht und der Optimist sagt doch. Also ich bin zwar kein Pessimist, aber ich wäre gerne halb voll. Einmal die 4 und eine rosa-rote Brille. Macht 927 Euro. Ist was? Anke ist November-Depri. Also einer Winterdepression der sogenannten Seasonal Effective Disorder kann man mit einer Lichttherapie entgegenwirken? Hilft nicht. Ich bin auf der Herfahrt geblitzt worden. Oh, Anke. Sag einfach Bescheid, wenn deine Laune wieder oben ist. Weil du dir dann keine Sorgen mehr machen musst? Nee, aber bei der Gelegenheit kann sie mal die Benzinpreise grüßen. Sammeln Sie Abtei Nervenwohlpunkte, haben Sie eine Neurexan-Card oder sind Sie im Lila-Laune-Bär-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia. ! Untertitelung im Auftrag des ZDF von Rainer ...